Ja, aller Anfang ist schwer. Haben Sie sich schon einmal Gedanken darüber gemacht, wie es um einen jungen Arzt bestellt ist, der eine neue Praxis eröffnet? Meinen Sie, da strömen die Patienten nur so? Das dauert schon, bis der Arzt von seinen Patienten leben kann, die nicht ohne ihn sterben wollen. Sie sehen hier das Sprechzimmer einer jungen Ärztin, die vor fünf Minuten ihre Praxis eröffnet hat. Schön haben Sie es hier, Frau Doktor. Sehr schön. Ja, und die vielen Glückwünsche, die Sie bekommen haben. Wen haben wir denn hier? Zur Geschäftseröffnung von der Kronenapotheke. Das ist ja sehr nett von den Damen und den Herren. Frau Doktor, verschreiben Sie nur fleißig. Pillen, Plästierchen, Pastillen, Ruhigungsmittel, Stärkungsmittel, Massagen und so weiter. Die Kassen zahlen es ja, nicht? Die Privatkassen. So, herzliche Glückwünsche von Grineisen und Co. Aha, Bestattungsinstitut. Sagen Sie, Frau Doktor, die städtische Friedhofsverwaltung hat keine Blumen, keine Glückwünsche geschickt. Ich glaube, es wird Zeit. Ja, Frau Doktor, wir sind ja nun schon mitten im Stück und ich stehe immer noch hier. Sind denn schon Patienten da? Vier Patienten. Vier Patienten schon? Ja, was für ein Erfolg für den ersten Tag, Frau Doktor. Dann wünsche ich Hals- und Beinbruch, Frau Doktor, und immer schön verschreiben und immer aus der Kronenapotheke bestellen. Vier Patienten. Ein großer Moment für mich. Wie sag ich denn überhaupt? Der erste, bitte? Nein. Der nächste, bitte. Guten Tag, Frau Doktor. Guten Morgen. Bitte, nehmen Sie Platz. Machen Sie es sich bequem. Legen Sie ab. Danke sehr. Danke sehr. Wo fehlt es denn? Sicher die Leber nicht, wahr? Was ist mit meiner Leber? Ich vermute, Ihre Gesichtsfarbe und das ganze Aussehen. Haben Sie hier Schmerzen? Nein. Dann hier. Nein. Sie haben also überhaupt keine Schmerzen? Schmerzen? Mehr als genug. Aber da kann mir leider kein Arzt helfen. Das sind eher Schmerzen in der Brieftasche. Chronischer Geldmangel. Sie verstehen? Nein. Ansonsten geht es mir pudelwohl. Ich war mein ganzes Leben noch nicht beim Arzt. Es ist heute Ihr erstes Mal und da kommen Sie ausgerechnet zu mir? Aber ja doch. Sie sind doch genau der richtige Mensch für mich. Sie haben meine schöne neue Praxis eröffnet und das noch in der besten Lage der Stadt. Es freut mich, dass Sie mir so viel Vertrauen entgegenbringen. Vertrauen? Mehr als genug. Sie werden schon zahlen. Was werde ich zahlen? Ich verstehe nicht ganz. Na, wenigstens die Hälfte. Als Anzahlung bei Lieferung und den Rest kreditieren wir ihm dann gerne. Ja, sind Sie denn kein Patient? Gott sei Dank, nein. Ich bin der Bezirksvertreter der chirurgischen Stahlschmiede Solingen. Wir hatten Ihnen doch eine schriftliche Offerte zukommen lassen. Sie führen doch als junge Ärzte, Sie haben doch als junge Ärzte bestimmt großen Bedarf. Wir führen Zangen, Messer, Scheren, Skalpellen, Operationsbesteck, Nägel, Mikroskope, Brenner und Bunsenbrenner und natürlich Flaschen und Gläser in größter Auswahl. Wenn Sie hier mal bitte unseren Katalog betrachten wollen. Nein, danke. Ja, ein kleiner Irrtum. Ich dachte, Sie wären mein erster Patient. Und ich dachte, Sie wären meine erste Kundin. Schade. Aber im Moment habe ich wirklich keinen Bedarf. Vielleicht beim nächsten Mal. Mahlzeit! Auf Wiedersehen. Der Nächste, bitte. Liebe Frau Doktor. Gute Frau Doktor. Liebe, gute Frau Doktor. Guten Tag, gnädige Frau. Guten Tag. Setzen Sie sich doch. Ja. So. Und nun sagen Sie mal, wo fehlt es denn? Also, mir fehlt nichts, Frau Doktor. Ich bin zum Glück kerngesund, aber mein armer Mann ist schwer krank. Das ist aber schön. Das ist überhaupt nicht schön. Mein armer Mann ist schwer krank und zwar schon seit einem Monat. Kann ich ihm helfen? Ja, das hoffe ich doch, Frau Doktor. Deshalb bin ich ja zu Ihnen gekommen. Ich hoffe, dass Sie meinem Mann helfen können. Ich habe ja so großes Vertrauen zu Ihnen. Das freut mich aber. Ja, ja. Also. Erzählen Sie mal. Also, ja, weil mein Mann krank ist und Gewicht selbst kommen kann. Sonst wäre er ja selbst vorbeigekommen. Das wäre vielleicht auch besser gewesen. Also habe ich ihm jetzt den Weg abgenommen, weil er ja im Bett liegt und nicht alleine herkommen kann. Und also mein Mann verkauft nämlich Waschmaschinen. Wunderschöne Waschmaschinen von Mosch und Biele und einem WM66 haben wir noch im Angebot und lauter so schöne Sachen. Und weil in einer Praxis, da fällt doch viel, viel Wäsche an. Und ich habe schon gesehen, in Ihrem Wartezimmer, da warten ja jede Menge Patienten und für jeden benötigen Sie ein neues Handtuch. Und das muss ja dann wieder gewaschen werden. Und da dachte ich, Sie helfen meinem guten Mann, indem Sie uns eine Waschmaschine abkaufen. Meine liebe, gute Dame. Eine Waschmaschine habe ich schon. Sollten Sie allerdings für Ihren Mann einen Arzt benötigen, dann... Danke. Einen Arzt haben wir schon. Und außerdem zu so einer jungen Ärztin, die gerade erst ihre Praxis aufgemacht hat. Also da hätte ja mein Mann überhaupt kein Vertrauen. Und ich gleich gar nicht. Sowas aber auch. Der nächste, bitte. Vierter Patient. Dritter Patient. Dritter Patient. Schönen guten Tag, Frau Doktor. Guten Tag. Setzen Sie sich erst einmal. Danke, 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 danke. Danke. Wo fehlt's denn? Ach. So schlimm. Oh. Sprechen Sie sich aus. Sie sitzen vor Ihrer Ärztin. Äh, äh, wie, äh, wie, äh, wie, wie schön, wie schön, wie wunderschön könnte das Leben sein. Wie herrlich, wie erhaben wäre das Dasein. Wenn da nicht, wenn da nicht. Fassen Sie sich, ja, Sie können mir alles sagen, was Sie drückt. Tja, wenn da nicht die Sorge um das graue Alter wäre. Aha. Ein Beispiel. Sie sind eine junge Ärztin. Sie sind eine junge Ärztin.